Musik Also Familie ist für mich Wohlbefinden, Liebe, auch mal Stress. Zusammenhalt Die Leute, die immer für einen da sind. Vertrauen, Rückhalt Für mich ist Familie Stress pur. Familie sind meistens Menschen für mich, die ich mir nicht aussuchen konnte. Familie ist heute alternativ. Ich denke halt, dass Familie einfach ein Begriff ist, von dem man gelernt hat, dass er die Verwandtschaft bezeichnet. Eltern, Kinder, Mama, Papa, die dazugehörigen Leute. Eigene Kinder vielleicht, Schwestern, Brüder. Meine Mutter ist für mich meine Familie, mein Bruder und meine Freunde. Familie gibt es für mich keine wirkliche Definition. Vielleicht ab zwei Personen, das wäre vielleicht elementar. Ich finde auch, dass genauso homosexuelle Paare genauso Kinder adoptieren können. Oder wenn schon ein Kind vorhanden ist, dass das ganz normal ist, in einer Regenbogenfamilie aufzuwachsen. Und ich finde halt auch gut, dass egal was passiert, dass Familie immer Familie bleibt. Und das wird immer so sein. Und da kann man auch nichts dran ändern. Und da kann man auch nichts dran.